Warum verkaufst du es dann in kleinen Mengen? Warum versuchst du nicht, das ganze Pfund auf einmal zu verkaufen? An wen? Sehe ich aus wie Scarface? Sie verstehen vielleicht eine Menge von Chemie, aber einen Scheißdreck vom Dope verticken. Wir müssen unser Produkt in großen Mengen vertreiben. Großhandel nennt man das. Sie meinen an einen Zwischenhändler? Ja, ja, den brauchen wir. Wir brauchen einen Verteiler. Kennst du zufällig so einen? Ja, ich kannte schon mal einen. Bis Sie ihn umgelegt haben. Wer hat Crazy Aids Platz eingenommen? Ein gewisser Tuco. Schlimmer Finger, soviel ich weiß. Tuco? Okay, also dann geh einfach zu Tuco und rede mit ihm. Na klar. Hallo Sir, ich weiß, dass Sie mich nicht kennen, aber... ...haben Sie vielleicht Interesse an einer kriminellen Menge Metafetamin? Im Prinzip ja, aber mit ein bisschen mehr Verkaufsgeschichte. Ich schleif's einfach nicht, Mann. Der Typ ist ein OG. Was bedeutet das denn? Ach, meine Fresse, der ist auf einem rohen Level, Mann. Der macht keine Geschäfte mit einem, den er nicht kennt. Jetzt mach aber einen Punkt, dass der endlich mal ein Eier wachst. Malen! Malen!